Ich bin schon ganz aufgeregt. Heute ist der vierte Advent. Bis dato hatte ich noch kein Glück. Ich hatte noch nichts dabei. Der Erich hat gesagt, bei jedem zehnten Kalender ist leider ein Kalender komplett leer. Das dürfte mein Geschenk gewesen sein. Auf jeden Fall, jetzt mache ich den vier. Ja, aber der Vertreter hat zu mir gesagt, bei jedem zehnten Kalender ist die Telefonnummer die private von dieser Dame drauf. Bei jedem zehnten? Ja. Okay. Ja. Also drin halt. Drinnen im Kalender? Ja. Das ist schon wieder leer. Erich hast du das schon wieder rausgenommen. Na, ich. Hier hast du den Kalender zugelassen.